Vor Ihnen steht Raccoon, die hervorragende Spielzeugkiste. Ich zeige Ihnen, wie sie zusammengebaut wird. Die Kiste setzt sich aus den folgenden Elementen zusammen. Vier Räder, zwei Seitenwände, Rück- und Vorderwand, Boden, Schrauben, acht Stück, Bohrschrauben, acht Stück, Verbinder, kleinere Dübel, sechs mal 20 Zentimeter, vier Stück, längere Dübel, acht Stück. Um die Spielzeugkiste zusammenzubauen, können Sie einen Bohrschrauber oder einen Kreuz- und Schlitzschraubendreher verwenden. Beginnen Sie mit den Rädern. Legen Sie sie an den Außenseiten flach auf den Boden. Auf diese Weise. Vergessen Sie nicht, die Spielzeugkiste auf einer weichen Oberfläche zusammenzubauen, die die Oberfläche der Elemente nicht beschädigt. Stecken Sie nun die kleineren Dübel in die Löcher an den Innenseiten der Räder und drücken Sie sie rein. Anschließend platzieren Sie die Seitenwände mit den Außenseiten zum Boden gerichtet. Verbinden Sie sie nun mit den Rädern, sodass die Dübel in die Löcher der Seitenwände passen. Verwenden Sie jetzt die Bohrschrauben. Schrauben Sie je zwei in jedes Rad. Okay, jetzt sind die Vorder- und Rückwand der Spielzeugkiste an der Reihe. Die Außenseite beider Wände sollte zum Boden gerichtet sein. Stecken Sie an den Seiten der Wände die Dübel in die Löcher. Stecken Sie nun die Verbinder in diese Löcher. Die seitlichen Löcher in den Verbindern sollten zu diesen Löchern passen. Nun können Sie die Wände miteinander verbinden. Stellen Sie die Vorderwand senkrecht zur Seitenwand, so dass die Dübel in die Löcher passen. Schrauben Sie sie mit diesen Schrauben fest. Gehen Sie genauso mit der Rückwand vor. Jetzt können Sie den Boden der Kiste reinschieben. Machen Sie das so, entlang der Vertiefung an der Seitenwand. Nun können Sie die Seitenwand an der restlichen Konstruktion befestigen. Schrauben Sie sie jetzt fest. Prüfen Sie anschließend, ob alles gut zusammengeschraubt ist. Fertig. Die Spielzeugkiste lässt sich sehr leicht reinigen. Wischen Sie einfach mit einem trockenen Tuch drüber. Soviel zu Raccoon. Jetzt kann Ihr Kind all seine Schätze darin verstecken. Viel Spaß bei der Nutzung. Kinderkraft. Easy with Kids.